Wir sind hier im Hölletal im Bereich des Bahnwerterhäusles. Hier hat ein Lkw, der talwärts gefahren ist, Bierkiste verloren. Diese habe sich auf der Fahrbahn verteilt. Die Aufgabe der Feuerwehr war es, die Fahrbahn zu reinigen. Zur Unterstützung wurde der Gemeindebauhof von Hinterzahde und die Straßenmeisterei hinzugezogen. Ja, sicher. Aber es kommt leider öfters vor, dass hier im Hölletal solche Lastwagen ihre Ladung verlieren. Ja gut, es ist schade, aber man kann es auch nicht ändern. Wir reinigen jetzt noch die Straße vollständig von der Scherbe und von dem auslaufenden Bier und geben dann die Straßenmeisterei wieder frei. Ja, eigentlich würden leichte Rege erreichen, aber da das ein bisschen klebt auf der Fahrbahn, tun wir die nachher noch mit unserem TLF und dem Druckschlauch S reinigen.